Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Vorher haben wir so... Vorher, das ist so eine kleine Aufnahme-Session. Haben wir ja das hier gefunden. Schon die La... Oh, Alter! Nein, ich hasse das immer. Ähm, und ja, Fackeln sind hier heller. Und es sieht ja aus wie ein Nether bei Minecraft. Und da, das sind die Core-Fragments da, da... Wir brauchen 20, glaube ich, oder so. Und das sind... Boah, Alter, das sind mega viele einfach. Ich weiß, das ist auch normal, dass so viele sind, aber... Einfach so richtig unnötig, irgendwie. Man muss einfach nur bis hier unten überleben und dann hat man das geschafft. Dann muss man das... Ja, wenn man nicht Hardcore eingestellt hat oder den anderen Mode, wo man es verliert, die Sachen, dann kann man einfach sterben und dann ist man wieder oben und dann hat man es. Also, das ist gar nicht schwer. Hier ist Silber auch noch. Oder ja, Silber. Oder da oben ist noch so ein Drehteil. Und dann, dass ihr den Beweis gleich habt. Und dann... Nee, hier mache ich nicht zu. Hier grabe ich mich noch nach unten ein bisschen. Ja, das ist auch Cobblestone, auch wenn es ein bisschen verstörend ist. Wenn es so aussieht wie... Keine Ahnung. Eigentlich ist es nur verdreckter. Ah, Core-Fragments. Yay, jetzt haben wir es endlich. Wir brauchen 20 und dann können wir von hier abhauen. Wasser gebe ich mal hier nach unten. Core-Fragments auch. Ja, wir haben eh noch genug Leben. Von dem her mangelt es uns nichts. Und ich muss sagen, beim Let's Play ist es eh ein bisschen besser, weil... Wie ich das zum ersten Mal durchgezockt habe, die... Also das Ganze... Die... Den ganzen Story-Mode habe ich nicht durchgezockt, aber... Viel zumindest. Da bin ich hier unten gewesen und habe gerade noch die Anfangsrüstung gehabt. Also... Viel habe ich da nicht gehabt. Und da bin ich ständig gestorben. Da habe ich die ganze Zeit die ganzen Pixel verloren. Aber jetzt... Jetzt muss ich sagen, es ist eh ganz einfach hier. Hier, Alter, wir haben das eh schon. 15. Wir haben schon 24. Wir brauchen nur 20, aber... Obwohl wir jetzt raufgehen können, würde ich auch ein bisschen nach unten bleiben. Und ein bisschen Lava farmen, aber das nicht hier. Sondern... Wir sind woanders. Weil... Falls dann... Ja... Ich fahre trotzdem noch ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich es noch später. Ich renne gegen die Wand. Upp. Okay. Da. Ziemlich und logisch. Ich sammle Lava und behalte es in meinem Invent. Ein Wunder, dass die Lava nicht das Holz verbrennt oder das Schild oder das Steak und die Fackel. Ja, das ist ein bisschen unlogisch. Oh Mann, Alter. Oh, verdammt. Alter. Hä? Oh. Ja, solche Details sind kacke. Alter. Ich hab gedacht, ich verkack den Sprung und dann fliege ich in die Lava. So... So... Wenn auch das... Hier eins... Und dann muss ich hier mal gucken... Was ist hier auch noch nice? Mit dem Wasser begeben... So, das ist ja gar keine Höhle hier. Höhle. Alter, hier ist gar... Hier ist gar nichts eigentlich. Und da... Ja, Gold ist hier. Aber ich mein jetzt, ähm... Von Lava her... Ich glaube, ich bin noch an der obersten Schicht. Es geht noch ein bisschen runter und dann ist so wie bei... Ja, so wie bei Terraria, wo dann... Gar nichts mehr ist. Da ist nur mal Lava. Aber die kannst du nicht einmal abbauen oder so. Und ja. Dann ist aus. Die Welt. Äh, da werde ich mich noch jetzt runter bauen. Und dann kann ich mal hier kurz... Clay brauchen wir nicht. Wir brauchen Wasser hier jetzt kurz noch. Ähm, ja. Da unten fliegen jetzt runter. Ja, hat man schon gesehen. Da hört's. Da ist noch Wasser. Und das hat jetzt das so zu Obsidian oder so in der Art gemacht. Ich muss hier eine Fackelwegspur legen. Damit wir wieder zurückfinden, weil... Das ist dumm. Das Ganze alleine wieder hochzugraben ist richtig kacke. Oh, das sind viele Core-Fragments. Und ich hab... Wie viele? 33. Ja. Ein bisschen. Ja, und... Die Items, die sind auch an der Lava dann... Oder? Ich weiß gerade nicht, ob sie verschwinden oder ob sie noch da sind. Also, verschwinden. Ob's dann... In der Lava verbrutzeln. Ah, hier den Fackelweg. Den Fackelweg. Da, Silber, Gold. Hier unten ist mega viel Gold. Aber... Es ist... Irgendwie... Ja... Das, was man hier macht... Äh... Das sieht ein bisschen verbuggt aus. Noch einmal? Okay. Dann guckt ihr mal, wie lange man braucht, um das abzubauen. Ziemlich lange, nämlich. Alter, wie das ist da jetzt. Aber wie die... Wie das, was die ganze nicht... Die ganze Zeit nicht auf die Lava geronnen ist. So. Dann noch ein bisschen runter, oder? Nee, das ist auch Silber. Hat von da aus gesehen wie... Gold. Wird die Fackel wieder weg sein, weil die Fackeln immer so dumm sind. Und sich immer auf dem Boden platzieren wollen. Jetzt ist sie an der Wand platziert. Das heißt, wenn ich die Wand weg mache, ist sie auch weg. Ich könnte sie auch so in der Luft platzieren. Da, so in der Luft, weil da ein Hintergrund ist. Aber nee, die Fackel denkt sich... YOLO ist weg und nerven wir den. Ja, da geht's runter. Oh, Lava mehr. Achso, ich habe Effekte. Ich habe mich gerade gefragt, was ist da hinter mir? Okay. Oh, verdammt. Verdammt. Da. Alter. Ein bisschen viel Leben habe ich gerade verloren. Oh, ich mache das Mandagen her. Sofort. 215. Ja, okay, dann nehme ich die mal. Oder doch nicht. Ich will nur immer so... Weil wenn ich das jetzt immer die ganze Zeit einsetze, dann ist das ein bisschen zu OP. Weil 200 reichen richtig. Für alles. Und es ist dann, finde ich, richtig OP, wenn man die ganze Zeit so heal macht. Deswegen versuche ich es jetzt mal nicht so zu machen. Ja, geil. Wieder Hunger. Wie sonst auch. Nee, du wohl wirst jetzt abgebaut. Hier auch. Leck mich doch. Hier, man bekommt mega viel Schaden von dem. Ist richtig dumm. Hier, das bauen wir auch noch ab. Die Lava hier. Mann, wieso kann ich das nicht abbauen? Ist ja auch total unlogisch. Es ist kein ganzer Block, aber es kann nicht verbrennen. So, jetzt hier runter. Alter, dieses... Die Hintergrundmusik. Und ich glaube, wir sind hier... Ja, das ist es, was ich vor geredet habe. Und da möchte ich von hier nicht unbedingt rein. Alter. Weil da ist man instant tot. Naja, instant jetzt nicht, aber... Sehr schnell, sag ich mal. Sehr schnell, ganz einfach. Ach. Ähm. Oh Mann, ich will noch... Ich will jetzt noch nicht nach oben gehen. Ich möchte noch hier ein bisschen farmen. Vor allem Lava. Wir haben nur 150. Was? Die Lava kriegt Damage, oder was? So, hier noch. Dann hier. Auch nicht. Okay. So. Abbauen. Können wir nicht. Ja, sowieso. Ah, Mann. Was? Damn. Ach, scheiße, Mann. Ich wollte nicht sterben. Man, jetzt sieht hier überhaupt, wie schnell man hier überhaupt stirbt. Ja, kurz noch was auf die Seite legen. Jetzt habt ihr gesehen, wie schnell man hier stirbt. Unten die Lava ist echt brutal. Naja, aber es ist ja auch, wenn du in die Lava fällst, bist du eigentlich sowieso, denke ich mal, instant tot. Und selbst in der Nähe von Lava. Also, wie livebezogen ist. Ähm, dann upgrade MM-Size. Ich kann das erst nicht machen, aber das schon. Und jetzt können wir von den Planeten weg. Und... Und... Ja, ja, ja. Du sahase. Es gibt keinen Ort wie in der Home, die Schiff hat rübergebracht. Es gibt noch viel Arbeit zu tun und ich muss den Ftl-Driven. Aber es ist ein Start. Es ist ein Start. Jetzt, dass ich den Planeten in der Solar System kann, ich muss erst mal schauen, wie ich meine Ftl-Driven habe. Teil wird wahrscheinlich noch mehr sein. Ja, die Schiff-Trusters. Ich weiß schon, woher wir das bekommen. Ich möchte aber nicht zu sehr spoilern. Ich kann den Ftl-Driven. Ftl-Driven. Und das kann man jetzt schon machen mal. Aber zuerst. Katze. Ähm. Ja, Katzi. Geh mir was zum Essen. Ach, ja. Droppen es muss. Nicht alles. Alter. Nicht alles droppen. Alter. Eins davon. Kann ich nicht das so machen. Ja, so. Hier, jetzt. Könnt ihr gucken. Katze. Nee. Nee, 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 nee. Fleisch ist weg. Ja. Und ich sehe nichts. So. Wieder hoch. Jetzt haben wir ein liebes Kätzchen. Ich haue es mit der Taschenlampe. Tsch, 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 tsch. Also auf jeden Fall holen wir uns einmal hier die Bäume. Noch. Das ist nämlich unser Grundstück hier. Oder unsere Sachen. Richtig effizient immer so zwei Bäume zu fällen, weil man spart einfach die Zeit dafür. Ja. Ja. Tsch. Lassen wir den Baum auf den Klopp da drüben fallen. Yeah. Bäm. Ja. Der ist sogar gesprungen. Hihi. Hatte so ein bisschen Holz aufsammeln noch. Und dann. Das baue ich noch ab. Die zwei. Und den letzten lasse ich stehen. Und den stumpfter. So. Jetzt können wir endlich weg. Alter, ich freue mich so, dass ich jetzt schon so weit gekommen bin. Ähm, das so. Alter. Die Musik passt grad einfach sowas von. Ich weiß nicht. Sollte man hören. Ja, hört man. Alter, so richtig geil. Weil. Jetzt tun wir noch kurz ein bisschen Wasser aufsammeln oder so. zu. Was halt geht noch. Und dann gehen wir. Das nehmen wir mit. Ähm, das nehmen wir mit. Ähm, dann. Lagerfeuer nehmen wir mit. Lagerfeuer nehmen wir mit. Bett nehmen wir auch mit. Das ist dann unser Heimspeicher oder so sage ich mal. Wir setzen hier einen Bookmark und das war's dann. Yes. Awesome. Time to play with fire. This should work for most basic metal. Like copper and iron. Which I can... Was? What? Hä, hab... Es hat jetzt erst... Hä, hat jetzt erst den Ambus erkannt? Und ihn freigeschalten ist jetzt? Fail. Ähm... Alter, fail. Ähm, climbing ropes. Ich weiß nicht. Lassen wir's mal hier. Brauchen wir ja eigentlich je nicht fürs erste. Schild. Äh, das ist aus... Eisen und Holz. Das Holz ist nicht so beständig, denke ich mal. Und wird deswegen nicht so viel halten. Trotzdem hat das Schild genau die gleiche Haltbarkeit wie das Eisenschild. Äh, campfire nehmen wir mit. Haben wir nämlich eh schon eins dabei. Ähm... Dann... Haben wir von dem nichts. Von dem brauchen wir auch nichts. Ähm... Ja. Somit... Yay. Alter. Das ist jetzt die dritte Aufnahme in der Session. Und ich hab einfach schon 18 Minuten. Obwohl es mir auch vorkommt wie... weiß ich nicht 5 Minuten oder so. Best... Betterits... Brauch ich nicht. Dann... Chests brauche ich auch nicht. Ne, brauche ich gar nicht. Da, das können wir machen. Währenddessen wir das Inf sortieren. Da, das können wir weghauen. Da. Guck mal noch kurz. Ne, ist egal. Einfach weg. Wir brauchen das nicht mehr. Sogar schlechter. Sicher. Ja, das Schild einfach... Alles mal weg. Alles einfach weg. Alles weg. Alles weg. Das... Lassen wir in Inf. Im Inf. Ähm... Das... Behalten wir. Dann das hier noch her. Und dann würde ich sagen... Hm, geil. Jetzt haben wir hier so einen Vorraum. In Flur. Und hier dann so den Hauptraum. Und... Mit Kätzchen. An meiner Seite. Ah, stirb, stirb, stirb. Nee. Mann. Katzen-Fan. Ähm. Ja. Würde ich sagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.